Monika Gruber, eine deutsche Kabarettistin, verteidigt sich gegen die Anschuldigungen von Rassismus seitens einer Bloggerin, die sich durch Grubers Buch bloßgestellt fühlt. Die bekannte Kabarettistin Monika Gruber steht aktuell im Zentrum einer hitzigen Debatte. Dem Spiegel zufolge wird sie beschuldigt, rassistische Äußerungen in ihrem neuesten Buch gemacht zu haben. Doch die Künstlerin wehrt sich gegen diese Vorwürfe und behauptet, es handle sich bei den streitbaren Passagen lediglich um Satire. In einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen verteidigte sie weiterhin ihre Position, ihr Ton wäre relativ harmlos angesichts der Tatsache, dass diese Dame am liebsten alle, die Stricken ihr Hobby nennen, per SE ins rechte Eck drängen möchte. Sie fügte hinzu, oder wie Bruno Jonas sagen würde, Ja, wo Sammer denn? In ihrem Buch Willkommen im falschen Film nimmt sie eine Bloggerin ins Visier. Diese hatte auf der Plattform X vor rechtsextremen Frauen gewarnt, die versuchen würden, die textile Hobbyszene zu unterwandern. Gruber bezeichnete diese Warnung als Schwurbelgut und stellte Fragen zur Identität der Bloggerin Roma Maria Mukherjee auf. Sie spekulierte, ob Mukherjee vielleicht Maria Müller heiße und sich umbenannte, da ihr Name schwer nach buntdeutscher Mädel klingt? Mukherjee, die im Gesundheitswesen tätig ist, fühlte sich durch diese Passage beleidigt und rassistisch angegriffen. Sie kritisierte auch die unerwartete Verwendung ihres Vollnamens und berichtete von Hassnachrichten, die sie infolge der Debatte erhalten hatte. Der Pipa-Verlag, der das Buch herausgegeben hat und ebenfalls Kritik einstecken musste, hat mittlerweile reagiert. Eine Sprecherin des Verlags erklärte, Mukherjee wäre per persönlicher Nachricht aufrichtig um Entschuldigung gebeten worden. Sie versprach zudem eine interne Aufarbeitung des Vorfalls. Die umstrittene Passage soll in zukünftigen Auflagen des Buches angepasst werden. Auch auf die Nennung von Mukherjis Namen will man verzichten. Die aktuelle gedruckte Ausgabe ist bereits nicht mehr erhältlich und eine überarbeitete Neuauflage ist in Planung. Trotz der Kontroverse bleibt Grober bei ihrer Haltung. Die Vorwürfe entbehren jeder Grundlage, sagte sie gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Sie sieht einer möglichen juristischen Auseinandersetzung gelassen entgegen. Wer sich öffentlich zu gesellschaftlichen Themen äußert, muss sich auch gefallen lassen, dass diese Äußerungen dann satirisch behandelt werden.